Ey Bro, und danke nochmal, dass ich hier schlafen darf. Echt korrekt von dir, Mann. Ach Bro, gar kein Problem. Du bist immer hier willkommen. Irgendwie hab ich voll Hunger. Ähm, hast du vielleicht Lust auf ne Pizza? Was, ne Pizza? Wir haben vier Uhr morgens und alle Geschäfte haben zu. Außerdem hab ich zu Hause auch keine Pizza. Ach, was für ein Glück, dass ich mal immer ne Pizza dabei habe.